Hallo Johann! Endlich melde ich mich mal wieder zurück. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich mich das letzte Mal mit einem Video gemeldet habe. Und das hat unter anderem einen Grund und den seht ihr hier hinter mir. Das ist die Ausstellung Tanzstadt 9. Und in dieser Ausstellung haben wir uns mit der deutschen Tanzikone Yvonne Georgi beschäftigt, die hier an der Staatsoper Hannover unter anderem mitgewirkt hat und sehr bekannt für ihre revolutionären elektronischen Ballette geworden ist. Fünf Choreografinnen haben sich in diesem Projekt mit diesen elektronischen Balletten auseinandergesetzt und eigene Choreografien entwickelt. Ich habe mit diesen Choreografinnen zusammengearbeitet, die Ergebnisse gefilmt und geschnitten. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz darauf und deswegen möchte ich euch auch gerne diese Videos zeigen und ich hoffe, sie gefallen euch. , wir wollen können nachdenken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020